Light me up a cigarette and put it in my mouth You're the only one that walks me around And I can think of a total reason why Guten Abend liebe Leute, ich bin Kingzocker, ich bin auch im DL-Clan Ich wollte schon immer mal gegen Simon mal eine Runde spielen, und zwar RPG of Mission Damit gebe ich das Wort weiter Hey Leute, yeah, ich bin's wieder, euer Simon, und ja, ihr habt's schon gehört, ich zock heute gegen Kingzocker Ja, das ist der geile Typ, der mich immer mit hammergeilen MB3-Videos versorgt Da ich mich immer wieder so ein bisschen sträub, MB3 zu zocken, aber hier in den privaten Spielen ist es ja alles kein Thema So, er wollte unbedingt Mission und RPG-Action, er bekommt Mission und RPG-Action Und ja, wie immer, ne, es geht bis 9, kein Messer, nur RPG, Mann gegen Mann Und ja, Harry, wenn du soweit bist, ne Ja, immer wieder gern Dann, let's fetz Gucken mal, gucken wir mal Und nach wie vor, Leute, wenn ihr Vorschläge habt für Spiele MB3, BF3, kein Problem Knallt mir die Karten, knallt mir die Waffen rein Ähm, bei den Waffen halt so, keine Aufsätze, nur die Waffe only Ähm, auch keine Perks, Killstreaks, Deathstreaks, was weiß ich Gibt's alles nicht, es gibt nur eine Waffe ohne Aufsätze, fertig Ich denke, das macht's ein bisschen interessanter Und ja, jeder kann sich im Prinzip melden, aber da kann ich euch nachher nochmal was dazu silzen Jetzt haben wir auch schon den Ladebalken zu Tode gelabert So, schön Auto zuweisen Äh, äh Okay, welches Team soll ich gehen? Auto zuweisen Oh, na dann One versus One Mh Ah, wollen wir doch mal gucken, wo du hier rumgammelst Ja, Mission ist so eine Karte, hä Ah, verdammt Ich hab dich gehört Ich hab dich auch gehört, deswegen lage ich hier Du oller Camper Ich erwisch mich bei MB3 trotzdem immer wieder dabei, die Leute spotten zu wollen Also, weil du kannst ja bei Battlefield-Gartuscher die Gegner spotten, dass sie deine eigenen Team-Mates sehen Und wenn ich das bei... Nein! Ja! Nein, ich schieße gegen das Auto! Ich hasse die Karte, die zum Snipen ist die echt super, aber mit einer RPG... Oh, deswegen hab ich sie ausgewählt Da gibt's halt so viele Punkte, wo man sich hier gut verstecken kann auf der Karte Ja, eigentlich nur zwei Punkte, wo man sich verstecken kann Ja, ist dann halt so die Standard Mein Gott Das Geile ist, wenn du da so immer ums Eck herankommst, auf einmal so ganz spontan Dann kann ich ja nicht einfach abdrücken, ne? Weil dann geh ich ja selber mit drauf Hm... Ja, wo bist du denn? Da liegt mal eine verkrüppelte Leiche rum Das muss ich mir nachher mal von oben anschauen, wie doof wir hier rumlaufen Ja, das kann schon passieren, dass wir hier ein paar mal schön im Kreis rumlaufen, ne? Das ist mir auch gegen den Tim passiert, wo ich das erste 101 gemacht habe Wo wir so ein, zwei Testspielchen am Anfang gemacht haben Hey, wir haben uns auch selbst auf Dom, haben wir uns manchmal einfach nicht gesunden Und Dom ist ja wahrlich nicht die größte Karte, ne? Ja, Herrgott, Sonderladdich, hey? Ja, Herrgott, Sonderladdich, hey? Ja, Herrgott, Sonderladdich, hey? Ja, Herrgott, Sonderladdich, hey? Wir werden bestimmt der Zeit begrenzen? Ja, nach sieben Minuten ist halt rum, ne? So, dann wird's nur unentschieden, wenn's so weitergeht Es gibt kein Unentschieden bei 101 Da gibt's einen zweiten Teil mit einer Herausforderung mit einer Mit einer Gedönselster, wie heißt's? Ach, sag's mir Och Guck mal, laufen wir in die gleiche Richtung? Äh, ne, ich lauf kreuz und quer Ja, ja, ich auch, aber wenn wir in die gleiche Richtung laufen, dann laufen wir trotzdem irgendwo im Kreis rum Unsere Leichen sehen auch toll aus Hä? Dass die nicht verschwinden, gell? Aber ist auch mal toll, die Ruhe auf so einer Karte zu genießen, ne? Ja, das stimmt Gerade eben hab ich dich noch gesehen, hä? Und jetzt? Gar nicht gesehen Aber ich dich? Jaa! Nein! Nur ein Hitmarker! Ach, das kann ich wahrsteigen, oder? Doch! Ach, leck nicht doch! Ja, scheiße, ich hab keine Money mehr! Was soll denn die Kacke? Nein! Verrecken! Das soll die Kacke hier, Mann! Ja, super! Wenn man nur einen Schuss hat, dann ist das Kacke! Mhm! Mhm! Äh, was machen wir, wenn beide keine Munition haben? Dann bleibt nur noch Panik-Knife Hm? Kann man kneifen? Ah, tatsächlich! Ja, das Messer ist, glaub immer dabei, das kann ich gar nicht rausnehmen Ficken keine Munition mehr Du hast noch, oder? Oh, verdammt! Ja! Hab ich! Hm? Jihah! Ja! Wir liegen in den Führungen, wir haben noch 3 Minuten, aber ich brauch noch... Scheiße, ich brauch noch 6 Kills, Mann! Theoretisch müsstest du wieder einen Schuss haben! Ja, ja, ich hab auch einen Schuss! Wow! Nein! Ja! Ich blick das Messern im MW3 einfach nicht, ey! Ganz einfach auf die Taste E legen, dann funktioniert das auch! E ist hinliegen bei mir! Uch! Das ist natürlich dann blöd! Scheiße, ohne in die Munition rumzulaufen! Jetzt weiß ich auch, was die ganzen anderen immer sagen, wenn sie sagen, ich hab dich gehört, ey! Weil ich glaub das erste Mal, dass ich in MW3 ein Laufen gehört hab! Komm, schieß doch! Schieß doch! Schieß doch! Ja, ja, ich vergeude doch mit den einen Schuss, ey! Glaubst du, ich hab nicht gesehen, wie du da hinten runtergesprungen bist? Doch! Aber ich bin nicht so schnell, dass es jetzt funktioniert mit dem, was ich vorhatte! Nein! Ja! Bist du auch gestorben? Ich bin nicht mit! Ja, ja, ich bin auch gestorben! Hast mich irgendwie grad noch messern können! Ich war nicht ganz verstanden, wie das jetzt funktioniert, aber, naja! Wow! Ah! Du dreckiger Halunke, du! Ich weiß! Ich schäme mich für nichts! Nein! Hitmarker! Ey, das war ein Direkttreffer, ey! Scheiße, ich hab keine Munition mehr! Ja! Du hast nichts abgeworfen! Lecken, ey! Nein! Du hast nicht gesehen, oder? Ja klar! Was will ich denn machen? Ich hab keinen Mun mehr! Ich weiß! Wo soll ich denn hin, Mann? Da bleibt nur drauf zurennen! Weißt du, wie es mir vorher ging? Boah, verdammt! Nein! Ja! 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 Ein Kill noch! Dann hab ich dich wieder! Hm! Die Zeit läuft, hä! Boah! Ist ja immer noch keine Mun mehr! Nein! Ach, lecken, hä! Doch, jetzt hab ich! Jetzt hat er nachgeladen! Die Zeit wird knapp! Oh, das wird ganz schön eng, hä! Wir haben noch 20 Sekunden! Nein! Nein! Sieh, Mann! Ja? Das geht gar nicht! Ich weiß! Im Prinzip muss ich mich jetzt 10 Sekunden verstecken! Lauf, lauf, lauf! Lauf, kleiner Hobbit, lauf! Alter, ich bin halbtot und noch zwei Sekunden! Was für ein Lacker, hä! Was für ein Lacker, hä! Das kann doch nicht wahr sein, hä! Wenn die letzte getroffen hätte! Scheiße, war das knapp, Mann, hä! Alter! Die letzte hätte ich mir auch noch gönnen können, hä! Nein! Doch! Beim nächsten Mal merken, Zeit muss weg! Oh mein Gott, hä! Das ist auf jeden Fall! An Spannung nicht zu übertreffen! Aber eine Revanche kriegst du auf jeden Fall, wenn du willst! Also das ist gar kein Thema! Oh, da bin ich sofort dabei! Das ist gar kein Thema! Revanche kriegst! Ja! Das war der zweite One vs. One! With One! So! Wir hatten schön viel Spaß auf Mission Hey! Und auch wenn ich wirklich viel Glück hatte mit dem Gewinn! Ja, also wie schon gesagt, schreibt rein, wenn ihr mitzocken wollt! Einfach einfach in die Kommentare unten reinschreiben! Ich schreibe euch dann einfach über YouTube an! Mit Datum und Scheiß! Das kann auch manchmal relativ spontan sein! Mal einen Tag vorher, zwei Tag vorher, drei Tag vorher! Und ja, checkt Twitter, checkt unsere Facebook-Seite! Und das Schlusswort überlasse ich meinem Gast! Und ich bin raus! Bis denn! Euer Simon! Ja, tschau liebe Leute!